Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum GetBetterCast. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und alles ist gut soweit. Jeder der das jetzt mit einem Video verfolgt, der sieht ein bisschen ein anderes Setting. Ich bin heute tatsächlich mit Tageslicht da. Ihr nehmt den Podcast zu einer für mich etwas ungewohnten Zeit auf und zwar um 9 Uhr morgens. Und das ist das erste Mal, glaube ich, seit 4 Jahren, wo ich einfach gecheckt habe, dass ich keine Woche vorproduziert habe. Und es jetzt Donnerstag um 9 ist und ich eigentlich immer um Donnerstag um 4 Uhr morgens meinen neuen Podcast hochlade. Und es ist einfach keiner gekommen und dafür muss ich mich entschuldigen. Also bitte nehmt es mir nicht übel. Dafür gibt es jetzt einen Schluck Monster. Und der wird sozusagen fast schon live hochgeladen. Also sobald ich den jetzt recordet habe, wird er hochgeladen. Das ist wahrscheinlich gegen 11 oder so online. Also für alle, die jetzt reinhören, ich habe den vorher 2 Stunden aufgenommen. Stabil. Das tut mir leid. Sollte so nicht mehr vorkommen. Das ist mir wirklich das erste Mal innerhalb von 4 Jahren passiert. Ich glaube, den Podcast gibt es jetzt 4 Jahre. Letztes Jahr war letztes Jahr. Letzte Woche war die 206. Episode. Das ist die 207. Das heißt, die nächste müsste Jubiläumsepisode werden von 4 Jahren. Ich muss mir da was überlegen für. Ich muss mir da was überlegen für. Ich muss mir das aufschreiben. Nächste Woche Jubiläumsepisode. Muss ich machen. Muss ich gerade direkt jetzt notieren. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. So. Gehen rein in die Notes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe tatsächlich auf meinem iPhone 6178 Notes. Stabil. Gut. Jubiläumsep. Falls ihr Info dafür habt, einfach gerne schreiben. Ich überlege mir was Schönes. Ich überlege mir was Schönes. So wie zu der 200. Episode habe ich mir auch schon was überlegt. Dann überlege ich mir jetzt auch nochmal was. Anyway. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin immer noch ziemlich im Arsch. Das Wettkampfwochenende von der AMBF hat mir auf jeden Fall wieder gut hops genommen. Wenn ihr ein bisschen mehr Recap-Stuff hören wollt zu AMBF, dann checkt auf jeden Fall den Behind-the-Scene-Podcast aus. Da gibt es einerseits eine Live-Backstage-Episode. Und es gibt eine Episode, die wir jetzt aufgenommen haben, die jetzt am Montag online kommt. Wo wir ein bisschen Recappen und ein bisschen über die Episode sprechen. Über die Episode. Über die AMBF sprechen. Sorry. Aber heute geht es um was anderes. Und zwar um ein Thema, das jedem da draußen super wichtig sein sollte. Und zwar Thema Option. Wir leben in einer Welt, wo wir viel zu viel zu viel Optionen haben. Viel zu viel. Egal um was es geht. Essen. Training. Business. Whatever it is. Zwischenmenschliche Beziehung. Alles. Wir haben viel zu viele Optionen. Das kannst du auf alles runterbrechen. Kleidung. Früher gab es drei Jeans. Jetzt gibt es 3000. 30.000. Keine Ahnung. Verschiedene Modelle. Und das Problem ist, dass wenn wir einen Überfluss an Optionen haben, dass wir überfordert sind. Und dass wir dann anfangen, entweder keine Entscheidungen oder viel zu oft sich wieder, wie soll ich sagen, sich im Weg stehende Entscheidungen zu treffen. Oder konstant immer was zu ändern. Und das führt uns in einen State von Überforderung, Stillstand, whatever you want to call it. Und wenn ich etwas gelernt habe und wenn ich dir etwas in diesem Podcast jetzt mitgeben will, ist, lass dir weniger Optionen. Je weniger Optionen du hast, desto besser fokussierst du dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind in dem Aspekt. Oder in dem Kontext. Wenn ich auf Prep bin, dann habe ich sehr wenige Optionen. Weil es gibt die Option nicht, dass ich über meine Kalorien esse. Es gibt die Option nicht, dass ich nicht ins Training gehe. Es gibt die Option nicht, dass ich meine Steps nicht rein bekomme. Es gibt die Option nicht, dass ich mein Mealtiming nicht so gut wie möglich manage. Ich lasse mir sehr wenige Optionen, weil das zum bestmöglichen Outcome führt, den ich haben möchte. Und ich glaube, wir müssen solche Dinge oft reverse-engineeren. Du musst dir oft die Frage stellen, was ist mein Ziel und was möchte ich erreichen? Und nicht, was möchte ich jetzt? Weil jeder, der auf Prep ist, möchte jetzt einen Bagel mit Lachs oder einen Croissant oder die Steps gerade nicht machen. Oder sich eigentlich nicht aufraffen fürs Training. Whatever it is, weil man müde ist, vertigt ist, einfach gar keinen Bock hat. Aber welche Konsequenz trägt das mit sich, wenn man diese Option zulassen würde? Es trägt dazu bei, dass ich nicht in bester Shape auf der Bühne stehe. Sie trägt dazu bei, dass ich vielleicht nicht fertig werde. Sie trägt dazu bei, dass ich schlecht performe. Whatever it is. Oder dass ich mein Posing nicht mache. Das trägt dazu bei, dass ich dann entsprechend mein Posing nicht naile auf der Bühne und mich nicht präsentieren kann. Jede Option, die da ist, hat einen gewissen Outcome. Und dieser Outcome bringt eine gewisse Sache mit sich mit und eine gewisse Konsequenz. Und wenn es einen Weg gibt oder etwas gibt, was sehr, 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 sehr mächtig ist, dann wenn man sich darauf konzentriert, welchen Outcome eine gewisse Option produziert, welche Konsequenz durch eine gewisse Aktion passiert, das sind die Dinge, auf die wir den Fokus legen sollten. Weil, ja, es fühlt sich vielleicht geil an, jetzt einfach nur auf dem Sofa zu chillen. Aber welche Konsequenz hat das? Es fühlt sich vielleicht geil an, jetzt diese Pizza zu essen, obwohl ich auf Diät bin. Aber welche Konsequenz hat das? Und wir sollten unsere Entscheidungen vielmehr basierend auf den Konsequenzen treffen. Und genau deswegen solltest du dir immer bewusst machen, Was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Was führt mich dahin und was führt mich nicht dahin? Und alles, was dich nicht dahin führt, ist in dem Moment keine Option. Und das kannst du auf alles anwenden. Wir haben ein Übermaß an Lebensmittelauswahl. Jetzt fragst du dich aber mal, was führt mich zum Ziel? Gut, du kannst jedes Lebensmittel einbauen, aber was ist sinnvoll? Was sättigt dich? Was lässt dich gut performen? Was macht dir das Leben nicht allzu schwer? Passt, dann fallen schon viele Optionen weg. Dann hast du noch ein Pool an Optionen. So, und jetzt fragst du dich, was ist für mich die most easy way? Wie mache ich mir meinen Weg, den ich gehen möchte? Wie mache ich mir das Ziel, das ich erreichen möchte, so angenehm, quote on quote, wie möglich? Wie komme ich da am einfachsten hin, am effizientesten hin für mich? Und genau diese Option wählst du. Weil ja, du kannst sagen, ich will nur ein Rate of Loss von 0,1% pro Woche, das ist für mich am angenehmsten. Okay, aber welche Konsequenz trägt das mit sich? Dass du 100 Wochen diätest? Dass du nicht in Shape auf einer Bühne stehst, wenn du prepst? Die Konsequenz, beziehungsweise der Outcome ist das, was darüber entscheidet, ob die Option für dich eine gute ist oder nicht. Und wenn du das beherrschst, wenn du das besser kannst, dann wird was sehr, sehr Geiles passieren. Weil du wirst dich weniger stressen. Weil wenn du weniger Optionen hast, musst du weniger nachdenken. Und genau deswegen ist es meiner Meinung nach für sehr viele Menschen zum Beispiel, wenn wir beim Essen bleiben, sehr sinnvoll, tagtäglich was sehr ähnliches zu essen. Tagtäglich vielleicht sogar dasselbe zu essen, zu denselben Zeiten. Warum? Weil du nicht nachdenken musst, weil es keine andere Option gibt. Diese fehlende Option führt zu weniger Food-Focus, sie führt dazu, dass du weniger nachdenkst, was du jetzt noch essen könntest, was du noch in deine Makros finden könntest, whatever it is. Und das macht dir das Leben am Ende des Tages einfach und lässt dich dein Ziel einfacher erreichen. Simple as that. Genauso auch beim Training. Wenn ich einen Trainingsplan für mich gefunden habe, der funktioniert, dann gibt es die Option nicht, dass ich den jetzt direkt wieder ändere. Oder dass, auch wenn jetzt eine neue Maschine im Gym steht, dass ich die direkt irgendwie einbaue. Lass dir weniger Optionen, wenn du etwas hast, was für dich funktioniert. Weil die Optionen machen dir das Leben nur schwerer, weil du wieder Entscheidungen treffen musst. Und Entscheidungen zu treffen ist immer irgendwo mit Kapazitäten verbunden, die du aufwenden musst. Und wenn du in einem State bist, wo die Kapazitäten vielleicht eh schon eingeschränkt sind, dann willst du nicht noch tausende Optionen haben, von denen du wählen musst. Je weniger Optionen du hast, desto klarer gehst du deine Linie. Also mach dir bewusst, wo du hin willst. Mach dir bewusst, was das Ziel ist. Finde eine Linie, die da hinführt. Und diese Linie verfolgst du, ohne konstant links und rechts zu schauen oder links und rechts abzuwiegen und zu schauen, was macht der andere, was macht die Person, was macht die Person. Das kannst du auf alles anwenden, auch auf Business. Wenn du dir Selbstständigkeit aufbauen willst, dann lass dir nicht zu viele Optionen. Wenn du dreimal gepostet hast auf Instagram und denkst, irgendwie funktioniert das nicht. Lass dir nicht direkt die Option, direkt schon wieder was anderes zu machen. Consistency bei den wenigen Optionen, die du hast, ist das, was zu Erfolg führt. Das ist das, was viele Menschen nicht hören wollen, weil es so langweilig ist. Aber es ist das, was funktioniert. Es ist literally das, was funktioniert. Je weniger Optionen, desto klarer kannst du voranschreiten. Je mehr Optionen, desto more overwhelmed bist du mit allem. Also lass dir so wenig Optionen wie möglich. Und das Ding ist, du wirst jetzt vielleicht sagen, Ja, aber was, wenn es was Besseres gibt? Was, wenn das der bessere Schritt wäre? Was, wenn das die bessere Option wäre? Mag sein. Aber das Problem ist, wenn du konstant nach einem Optimum strebst, obwohl du gerade was tust, was eigentlich schon funktioniert, dann wirst du immer in diesem Kreis bleiben von Optimum suchen, Optimum suchen, Optimum suchen, Optimum suchen. Und das ist ein Problem. Weil, wenn du konstant nach dem Optimum suchst, dann tust du nicht das, was optimal ist. Sondern du änderst konstant was. Und konstant was zu ändern, lässt dich keine auswertbaren Daten sammeln für das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil du konstant in diesem Optimierungswahn bist. Und das sieht man ja bei vielen Trainierenden. Es ist irre, wie viele Leute einfach overwhelmed sind von den ganzen Informationen, die sie für sich dann nicht anwenden können. Sie haben viel zu viele Optionen und ändern die ganze Zeit was. Vielleicht bist du auch da drin. Ändern die ganze Zeit was und was passiert? Es findet kein Progress statt. Weil du immer wieder was Neues machst. Und du kannst dich immer wieder fragen. Ah, hätte ich da nicht was besser machen können? Oder hätte ich da nicht diese Übung machen sollen? Oder hätte ich da vielleicht nicht das oder X oder Y? Oder sollte ich vielleicht mal diese Ernährungsweise probieren? Whatever. Lass die wenige Optionen. Du zerbrichst dir nur unnötig den Kopf drüber. Stumpf ist Trumpf. Das hat schon was. Dieses stumpfe Machen ist so simpel und so langweilig. Aber es ist das, was dich am weitesten bringt. Natürlich solltest du smarte Optionen nehmen. Das heißt nicht, dass du Optionen nimmst, die dich nicht zum Ziel führen. Da sind wir wieder beim ersten Punkt. Natürlich solltest du nicht Dinge tun, die dich weg vom Ziel führen. Obviously nicht. Und es da nicht ändern. Und es ist auch völlig okay, wenn du merkst, dass irgendwo etwas schleppend ist. Dann auch mal zu sehen, welche Optionen gibt es da noch? Und diesen Optionspool kurz zu öffnen. Und da ein Tool rauszunehmen. Eine weitere Option. Und die zu probieren. Aber dann diesen Pool direkt wieder zu schließen. Und da erstmal fest zu bleiben. Bevor du wieder was Neues probierst. Das ist der wichtige Punkt. Und das ist wirklich etwas, was ich am meisten beobachte. Bei Leuten, die auch ins Coaching kommen. Die Leute wissen zu viel. Sie wissen nicht zu wenig. Sie wissen zu viel. Oder sie wissen von gewissen Dingen immer wieder ein bisschen was. Können den Kontext aber nicht verknüpfen. Und sind dann eigentlich in einem Informationsüberfluss mit zu wenig Informationen, wenn das Sinn macht. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und das ist das, was sehr, sehr vielen Progress klaut. Und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben als Coach. Einfach dieses Verkomplizierende und dieses Überanalytische rauszunehmen. Und einfach zu sagen, hey, schau. Das sind für dich die gescheiten Optionen, die wir haben. Mach diese Optionen. Nutz diese Optionen. Und du wirst weiterkommen. Du wirst zum Ziel kommen. Just keep doing them. Statt sie jede zweite Woche zu ändern. Jede zweite Woche eine vielleicht bessere Option ins Auge zu fassen. Because it won't make it better. It won't make it better. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte in dem heutigen Podcast. Weil jetzt doch des Öfteren immer wieder gefragt wurde, ob ich noch Coaching Spaces available habe. Ja, habe ich. Ja, also es sind noch Plätze frei im Team. Dementsprechend gibt es einen Link hier in den Shownotes. Oder ihr schreibt es mir einfach auf Instagram, sandro-krt. Wenn ihr Bock habt, Überanalyse abzulegen und endlich die Resultate zu erzielen, die ihr einfach in der letzten Zeit nicht erzielt habt. Weil that's what we do in Team Get Better. That's what we do. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Any input oder questions, please let me know. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein und bis dann.